Lanzkorn Weizen Doppelbock Vollmundig Intensiv Meisterstücke 7,4% Das Bier wird warm Ey, fahr durch hier, ja ey Okay Wie bei der Bundeswehr 3,5 Monate Bier gießen gelernt Halt mal ein bisschen höher Ich hab das gelernt, mein Junge Prost, der Herr Prost Naja, mir schmeckt das nicht Ja, mir auch nicht Manche wollen mich jetzt wahrscheinlich deinigen Aber Weizen kann ich nur mit Bananen trinken Also die sind Bananenweizen So, bei 12 Punkte sind wir bei Blech Das ist halt Schmackssache Weizen Cool Zeit Liken, Teilen, Abonnieren Und beleidigen unter dem Video in den Kommentaren